In diesem Film lernen Sie, wie Sie mithilfe der Ergebniszeile häufig verwendete Berechnungen auf Knopfdruck vornehmen können. Diese Beispieltabelle enthält bereits eine Ergebniszeile. Sobald Sie in eine Zelle klicken, erscheint das Symbol für eine Auswahlliste. Mit einem Klick öffnen Sie die Liste und wählen die gewünschte Funktion. Ergebniszellen müssen Sie manuell einblenden. So geht's. Klicken Sie in die Tabelle und wählen Sie gegebenenfalls die Registerkarte Entwurf der Tabellentools. Setzen Sie das Häkchen vor Ergebniszeile. Excel hat die Ergebniszeile am Ende der Tabelle eingefügt. Je nach Bedarf wählen Sie nun die gewünschten Berechnungen. Nicht benötigte Berechnungen schalten Sie ab. Sobald Sie einen Autofilter aktivieren, aktualisiert Excel die Ergebnisse. Zum Ausblenden der Ergebniszeile entfernen Sie das zuvor gesetzte Häkchen wieder.